Insider, Leonardo DiCaprio und Gigi treffen sich noch Leonardo DiCaprio, 48, und Gigi Hadid, 27, stehen wohl immer noch im Kontakt. Um den Schauspieler. Der sich im Sommer von seiner Ex-Freundin Camilla Moroni, 25, trennte, und das Model wurden vor wenigen Monaten Deating-Gerüchte laut. Jedoch wurde der Frauenschwarm daraufhin mit der Schauspielerin Victoria Lamas gesichtet. Wenig später hieß es aber, dass zwischen den beiden nichts laufen soll. Leo und Gigi sollen sich währenddessen weiterhin sehen. Leo ist Single. Nichts hat sich mit Gigi geändert. Sie sehen sich gelegentlich. Aber zwischen ihnen läuft nichts Ernstes, erzählte ein Insider gegenüber Hollywood Live. Gigi habe auch gewusst, dass der Titanic-Star sich mit Victoria getroffen hat. Und sei damit auch völlig deackert. Generell hätten die beiden keine Verpflichtungen gegenüber dem anderen. Gigi denke, dass Leo ein toller Typ sei, und genieße das Verhältnis, das sie gerade haben. Sehr. Sie ist sich nicht sicher, ob es später zu etwas Ernsterem werden wird. Aber selbst wenn nicht, würde sie gerne eine Freundschaft mit ihm haben, plauderte der Bekannte weiter aus. Dating habe für die Blondine momentan aber auch keine Priorität.